Wir sind ein junges und aufstrebendes Unternehmen im Bereich Glas- und Gebäudereinigung in Bad Bewinsen. Dabei arbeiten wir mittels Osmosetechnik und sind in der Lage, ohne chemische Zusätze Flächen und Objekte gründlich zu reinigen. Zurück bleibt am Ende nur das Wasser. Zu unseren Leistungen gehören unter anderem die Reinigung von Terrassen, Scheiben oder auch die Pflege von Solaranlagen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.